Der neue Auftrag wurde angenommen, der rote Ordner wurde vom Vertrieb an die Projektleitung übergeben. Die Anlage wurde geplant und gezeichnet. Florian hat den roten Ordner nun an Jack übergeben, der auf Grundlage der Planung und erstellten Zeichnungen ein dreidimensionales Abbild der zu fertigen Anlage entwirft. Nachdem der Plan der elektrischen Verdrahtung bereits fertig ist, geht es jetzt um den mechanischen Aufbau, die Planung, der Anordnung der Geräte innerhalb der Anlage sowie den Aufbau der Türen des Schaltschranks. Fast schon nebenbei wird hier auch die gesetzlich vorgeschriebene Wärmeberechnung der Anlage auf Knopfdruck erledigt. Alle hierfür nötigen Daten sind im System hinterlegt. Eine solche Berechnung hätte noch vor ein paar Jahren manuell erfolgen müssen und viele Stunden gedauert. Bei Bedarf kann sich der Kunde seine Anlage nun bereits vor Fertigstellung detailliert anschauen. Herr Klaas, ich habe es hier. Danke. Okay, danke. Klaas hat den roten Ordner zurück und kontrolliert die fertigen Pläne noch einmal. Wenn alles in Ordnung ist, werden die Daten an das ERP-System überspielt und damit die Bestellung des benötigten Materials vorbereitet. Jetzt kann er den Auftrag an die Fertigung geben. Hallo Stefan. Hallo. So, Metro hier. Das Projekt soweit fertig. Den Schaltplan hier. Die Checkliste. Da wir Fragen sind, könnt ihr gerne noch mit zu kommen. So weit ist alles erklärt. Material ist bestellt. Okay. 49. Alles dabei. Alles dabei. Kontrolliert. Gut, wir tragen die mal ein. Gut, danke dir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. In der nächsten Folge wird das Material geliefert und zusammengestellt. Das Projekt geht in die Fertigungsphase. Das Projekt geht in die Fertigungsphase. 2 Vielen Dank.